Können Rentner aus dem EU-Ausland, die in Deutschland wohnen, die 300 Euro Energiepreispauschale erhalten? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ich habe eine Anfrage erhalten zum Thema Energiepreispauschale. Da ist also jemand, der in Holland geboren ist und der in den Niederlanden eine niederländische Erwerbsminderungsrente bekommt. Und er hat aber hier in Deutschland seinen Wohnsitz, bezahlt auch hier Steuern und so weiter. Und er hat sich halt gewundert, dass die 300 Euro Energiepreispauschale bei ihm nicht auf dem Konto angelandet sind. Dann fragt er nach, ob er denn auch Anspruch auf diese 300 Euro hat, warum das nicht automatisch auf sein Konto bezahlt wird. Die Frage lässt sich relativ einfach beantworten. Ja, auch Rentner mit Auslandsrenten, die hier in Deutschland leben und deren Auslandsrenten nach EU-Recht einer deutschen Rente gleichgestellt sind, haben Anspruch auf die 300 Euro Energiepreispauschale. Aber diese Rentner bekommen die 300 Euro Energiepreispauschale nicht automatisch gezahlt. Das ist nicht möglich, weil die deutsche Rentenversicherung kennt ihre Rente nicht. Die ist auch in den Systemen der deutschen Rentenversicherung oder der allgemeinen Rentenversicherung nicht gespeichert. Das heißt also, es gibt dort keine Rentenversicherungsnummer, auf die ihre Rente zugeordnet wird nach deutschem Recht. Das heißt also, für diesen Fall hat das Gesetz für die Energiepreispauschale für Rentner und Versorgungsbeziehende, kurz Rente-EPBG, vorgesehen oder sieht vor, dass sie ab dem 9. Januar 2023, bitte merken, was ich jetzt sage, einen Antrag auf Auszahlung der 300 Euro Energiepreispauschale bei der deutschen Rentenversicherung Knappschaft Bahnsee in Bochum stellen. Das heißt, sie müssen dort einen Renten, also einen Antrag stellen. Sie stellen dort den Antrag und teilen mit, dass sie eine ausländische Rente erhalten, hier in Deutschland ihren Wohnsitz haben, da müssen sie dann wahrscheinlich entsprechende Nachweise noch belegen, und dann bekommen sie auch ihre 300 Euro ausgezahlt. Denn sie werden mit der holländischen oder niederländischen Rente einer deutschen Rente gleichgestellt. Voraussetzung ist nur, dass sie a. in Deutschland leben, hier steuerpflichtig sind und dass ihre niederländische Rente am Stichtag 1.12.2022 tatsächlich auch ausgezahlt worden ist oder bestanden hat. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel und Rentenberater Peter Knöppel